Wusstest du, dass Finanzinstitute mit deinem Geld Waffenhandel, Kinderarbeit und Umweltverschmutzung finanzieren können? Nicht wirklich, was mit deinem Geld passieren soll, oder? Wir alle möchten glauben, dass Banken, Versicherungen und die Anbieter von Altersvorsorge nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Aber leider tragen Finanzinstitute zu vielen globalen Problemen bei, indem sie schmutzige Geschäfte von Unternehmen finanziell unterstützen. Zum Beispiel pumpen Banken weltweit immer noch Milliardenbeträge in Kohleunternehmen, obwohl diese nachweislich unser Klima zerstören. Eine uralte Geschichte, die es endlich gilt umzuschreiben. Wir wollen sicher gehen, dass unser Geld in nachhaltige und ethische Unternehmen investiert wird. Und hier kommt der Fair Finance Guide ins Spiel. Der Fair Finance Guide International ist ein globales Netzwerk aus über 40 Organisationen. Von Oxfam ins Leben gerufen, wird es in Deutschland von Facing Finance koordiniert, um Finanzinstitute zu Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsstandards zu verpflichten. Das Netzwerk ist schon in zahlreichen Ländern aktiv und wächst stetig weiter. Der Fair Finance Guide nimmt Finanzinstitute in die Pflicht, indem er deren Selbstverpflichtungen im Detail analysiert und bewertet, Verbraucherinnen die Möglichkeit gibt, sich mit ihren Bedenken und Wünschen direkt an ihre Bank zu wenden und mit Fallstudien untersucht, inwiefern Finanzinstitute sich wirklich an ihre Selbstverpflichtungen halten. Außerdem fordern wir bei Abgeordneten und Ministerien effektivere Regeln für Finanzinstitute ein. Es ist dein Geld. Nutze deinen Einfluss, um etwas zu verändern. Mach mit, damit Finanzinstitute mehr Verantwortung übernehmen.